Guten Abend miteinander. Heute haben wir Ihnen ein paar Tipps, wie Sie beim Waschen sparen können, die Wasche schonen und erst noch etwas für die Umwelt tun. Das erste Mal sortiert man natürlich die Wäsche anhand von Materialien und Farben und informiert sich dann nach den Pflegeetiketten. Erst wählt man die entsprechenden Wäschmittel aus, die Jacob in einer grossen Auswahl für alle Wäschprobleme anbietet. Das Biancomat und das flüssige Vollwäschmittel von Jacob z.B. sorgen von 45 bis 90 Grad für eine sehr saubere Wäsche. Und das flüssige Feinwäschmittel ist immer dann zu empfehlen, wenn es besonders schonend gewaschen werden muss. Kochen ist bei den heutigen Geweben meistens überflüssig stark verschmutzte Stelle, kann man aber, wenn nötig, vorbehandeln. Z.B. mit ein wenig flüssigem Vollwäschmittel, das man aufs Gewebe verteilt, einwirken lässt und dann ganz normal waschen. Farben und Motive bei bedruckten Textilien kann man schonen, wenn man das Ganze auf die linke Seite kehrt. Und feine und empfindliche Sachen, die waschen wir am besten in einem alten Küssianzug. Einzelne Wäschstücke zu waschen, das lohnt sich nicht. Warten Sie doch immer, bis die Wäschmaschine richtig voll ist. Und zum Schluss noch etwas zum Dosieren, das immer noch das Wichtigste ist am Sparprogramm. Erkundigen Sie sich doch nach dem Wasserhärtegrad Ihrer Gemeinde und dosieren Sie dann das Wäschmittel gemäss Angaben auf der Packung. Auskunft gibt Ihnen aber auch den GOB Beratungsdienst bei allen Wäsch- und Reinigungsproblemen. Kleinere und grössere Probleme gibt es manchmal auch bei der Schönheitspflege. Und darum hat GOB das BELDAM Pflegeprogramm sorgfältig aufgebaut und weiterentwickelt. Die Reinigungsemulsion, Gesichtslotion und Pflegecreme für Tag und Nacht sind für jeden Hauttyp geeignet. Für empfindliche Haut ist die BELDAM Sensitiv Fürchtigkeitscreme empfohlen. Sie enthalten keine Farbstoffe und ist unparfümiert. Die reifere Haut sollte man mit der BELDAM Exklusiv-Aufbaucreme und der BELDAM Privilege Nacht- und Regenerationscreme pflegen. Bei regelmässiger Anwendung verhindern diese Produkte das vorzeitige Alter der Haut. Gut für die Schönheit ist aber auch das Ausspannen und das Ferienmachen. Ihr Popularis Reisebüro wünscht Ihnen darum schöne Ferien am Meer, im Schnee oder auf einem von den luxuriösen Kreuzfahrtschiffen. Die neuen Popularis-Katalogen können Sie ab sofort in jedem Popularis Reisebüro abholen oder mit einem Coupon aus der GOB-Zeitung von dieser Woche gratis beziehen. Jetzt noch eine Neuheit vom GOB-Metzger. Wenn Sie gerne Wildspezialitäten haben, können Sie diese bei GOB jetzt fixfertig zubereitet unter der Marke QUIC à la carte kaufen. QUIC à la carte gibt es als Rehpfeffer und als Hirschpfeffer, beides fixfertig mit Champignons und Sauce. Wenn Sie aber lieber selber kochen, dann kann ich Ihnen jetzt das GOB-Rezept dieser Woche empfehlen. Ich habe Ihnen heute ein Rezept für eine Kalbsbrust. Es ist ein wenig arbeitsaufwendig, aber Sie werden sehen, es lohnt sich. Die Kalbsbrust auf beiden Seiten salzen und pfeffern, mit Tomatenmark einbinseln und dann mit Schinkenbelegen. Dann eine Mischung aus gehacktem Peterli, Salbei und etwas Sülzpulver drüber streuen. Die Kalbsbrust rollen, ich habe das hier schon gemacht, und dann mit heissen Fett gut anbroten. Nach ungefähr einer Viertelstunde mit Bouillon ablöschen. Ein Lorbeerblatt drauflegen, etwas Nägelchen und dann zudeckt 1,5 bis 2 Stunden oder auch im Ofen schmoren lassen. Während dieser Zeit sollten Sie den Brot immer etwas begiessen. Und wie üblich, die Form tranchieren 10 Minuten Ruhe. Das Rezept finden Sie in der Koop-Zeitung und morgen der ganze Tag im Teletext-Seite 270. Einen guten! Damit sind wir am Schluss für heute. Wir danken fürs Zuschauen und vergessen Sie die Aktionen nicht, die wir Ihnen jetzt gerade zeigen. Zum Anfangen die aktuellen Preisschlager. Das Brotpfannen-Duo-Set in Silberstone beschichtet gibt es bei Coop für nur 19 Franken. Und alle Coop-Blumenabteilungen offerieren Ihnen so schöne Erika Gazilis für nur 3,50. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Machi-Delikatess-Suppe, 9 Sorten, 30 bis 35 Rappen günstiger. Ein Becher Linea Minerin statt 1,80 nur 1,50. Ein Liter Sinalco statt 1,45 nur 1,10. Und Tarassen an 12 Flaschen statt 17,40 nur 13,20. Zwei Tauben Colgate Fluor plus Mineral Gel statt 5,90 nur 4,80. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag drei Dosen Midi Sweet Corn statt 3,90 nur 2,60. Brüsseler Chicoré, Beutel an 500 Gramm nur 2,60. Auf Wiedersehen! Richtig. Richtig. Untertitelung des ZDF, 2020